Hallo liebe Reisefreunde, wir möchten euch mitnehmen auf unsere Busreise durch den Südwesten der USA. Der Flug nach L.A. war problemlos. Hier sieht man Bilder von Grönland. Wir sind einen Tag früher geflogen, so dass wir noch einen freien Tag hatten, um uns an die Zeitumstellung zu gewöhnen. Von unserem Hotel in Anaheim sind wir mit dem Stadtbus zum Strand von Huntington gefahren. Zum ersten Mal in unserem Leben standen wir an der Westküste Amerikas und es gibt hier wirklich weiße Haie und die darf man nicht fischen. Obwohl die Wassertemperatur an der Westküste recht frisch ist, wäre ich gerne noch ins Wasser gegangen. Allerdings hatte ich die Badehose und das Handtuch vergessen. Der erste Tag unserer Rundreise führte uns nach San Diego. Links wo sie das Gelände hochgehen sind, das ist Mexiko. Mexiko, Mexiko, he took you close to Mexiko. And the water here is very clear. You'll see there's a beach where we're gonna stop. Sometimes there's people swimming. You can swim in this water, but that's because there's no industry. And everything, there's nothing is allowed to be dumped. There's no sewage, nothing. Coming here into, coming into this harbor. It's really clean Seawater. So you can swim in it if you want to. Nach einer Stadtrundfahrt sind wir über die 3,5 Kilometer lange Coronado Bridge zur Halbinsel Coronado gefahren. Von hier aus hat man einen sehr schönen Ausblick auf die Stadt San Diego. Und im gegenüberliegenden Hafen liegt der Flugzeugträger USS Midway, United States Ship Midway. Die Midway ist jetzt ein Museumsschiff und war der dienstälteste Flugzeugträger der Navy. Man kann fast das ganze Schiff besichtigen. Zusätzlich werden noch 29 verschiedene Flugzeuge ausgestellt. Die Midway nahm am Vietnamkrieg und am zweiten Golfkrieg teil. Wo der historische Kern von San Diego 1860 als erste Siedlung im spanischen Adobe Stil entstand, existiert heute unter dem Namen Old Town ein Staatspark mit mehreren aus der Pionier-Ära stammenden Gebäuden. Hier wird Geschichte lebendig, malt ein Bild vom Leben im frühen 19. Jahrhundert, als Kalifornien noch zu Mexiko gehörte. Im ältesten Tabakladen werden noch Zigarren verkauft, in anderen Läden Kupferwaren, handgefertigte mexikanische Fliesen und vieles mehr. Heute beginnt eigentlich der erste Tag unserer Rundreise. Am Morgen durchfahren wir die Stadt Los Angeles Richtung Osten, in die kalifornische Wüste. Die Wüstenstädte Palm Springs und Palm Desert sind beliebte Winterurlaubsgebiete, die durch Stars wie Elvis Presley und Frank Sinatra berühmt wurden. Am Nachmittag überqueren wir den Colorado River, welcher die Hauptbewässerungsanlage dieser Region ist. Danach geht es weiter nach Arizona. Schon bald erscheinen die ersten Saguaro-Kakteen, die Ikonen der südwestlichen Sonora-Wüste. Aus Filmen wussten wir, dass Amerika groß und weit ist, aber die Wirklichkeit übertrifft alle Vorstellungen. Unendlich erschien uns die Weite dieser Region. Am späten Nachmittag erblickten wir dann Phoenix, Arizonas Hauptstadt, die wie eine Fata Morgana auftaucht. In der Nachbarstadt Scottsdale haben wir übernachtet. Für uns gab es ein Begrüßungsessen seitens des Veranstalters ATI American Tours International. Der Saguaro-Kaktus mit seinen ausladenden Armen kann bis zu 250 Jahre alt werden. Dieser Kaktus ist die Staatsblume von Arizona. Der Kaktus ist streng geschützt. Ein Diebstahl kann mit empfindlichen Strafen geahndet werden. Bevor wir am Höhepunkt des Tages dem Grand Canyon ankommen, durchfahren wir die schönsten Regionen, die Arizona zu bieten hat. Unter anderem sehen wir die Mexican Highlights und die wie verzaubernd wirkende Red Rock Country. Das Highlight dieser Region ist die entzückende Stadt Sedona, die sich am unteren Ende des Oak Creek Canyons befindet. Eine Legende von 1902 besagt, dass Sedona nach der wunderschönen Frau des Postmeisters benannt wurde. Die Stadt ist umgeben von einer faszinierenden Landschaft mit unbeschreiblichen Steinformationen. Die Stadt sind eine stückende Stieg in der Stadt. Die Stadt sind eine Stille und die Stadt. Die Stadt sind eine Stille, die Landamt gewannnimmt. Die Stadt ist das Prozent der Ghost. Die Stadt ist die Stadt und die Stadt. Sedona selbst ist ein reiner Touristenort. Spektakulär ist die Umgebung aus leuchtend roten Bergen, Felsspitzen und steilen Canyon-Wänden. Man ist überwältigt von den unwirklichen Farbspielen, die die majestätischen Felsburgen und bizarren Formationen in ein magisches Licht tauchen. Wir verlassen Sedona und reisen durch den Oak Creek Canyon zum Colorado Plateau. Über Flagstaff fahren wir nach Williams. Williams kennt jeder Motorradfahrer, der jemals die Route 66 befahren hat. Am Bahnhof kann man noch alte Dampfloks bewundern. Von diesem Bahnhof dampft die historische Grand Canyon Railway zu einer Fahrt an das South Rim los. Jetzt sind es nur noch wenige Kilometer zu dem Traumziel unserer Reise, dem Grand Canyon. Wir hatten einen Hubschrauberrundflug über den Grand Canyon gebucht. Nach dem Wiegen jeder Person und einer Sicherheitseinweisung bestiegen wir den Hubschrauber. Aufgrund meines Gewichtes blieb ein Platz frei. Zuerst überflogen wir das Hochplateau. In dem Moment des Überfliegens der Abbruchkante vom South Rim, das heißt Südrand, legte der Pilot den Walküre-Ritt von Wagner auf unsere Kopfhörer. Es zog uns den Boden unter den Füßen weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Geschlafen haben wir in diesem Hotel im Grand Canyon Village ganz in der Nähe vom Aussichtspunkt Mother Point. Es ist wirklich unbeschreiblich, wie gewaltig und beeindruckend der Grand Canyon ist. Natürlich kennt man ihn aus diversen Filmen. Wenn man dann aber tatsächlich dort ist, bleibt einem die Spucke weg. Die gegenüberliegende Nordkante heißt North Rim. Der North Rim ist die ruhige Seite des Grand Canyon National Park. Für die 16 Kilometer Luftlinie vom Grand Canyon Village bis zum North Rim muss man allerdings mit einer Fahrzeit von 5 Stunden rechnen. Der North Rim liegt durchschnittlich um 300 Meter höher als der South Rim, weshalb hier ein völlig anderes Ökosystem vorherrscht. Die Winter am North Rim sind niederschlagsreicher, weshalb dieser Teil vom 15. Oktober bis zum 15. Mai gesperrt ist. Am Grand Canyon kommen jedes Jahr bis zu 12 Urlauber ums Leben. Wanderer stürzen ab, manche fallen von einer Klippe beim letzten Selfie, stolpern an der Abbruchkante oder sterben vor Erschöpfung beim Versuch, den Canyon zu durchwandern. Im Gegensatz zum Aussichtspunkt Mother Point gibt es hier beim Desert View keine Absperrung. Man muss also auf sich aufpassen und sehen, dass man nicht hier sein letztes Selfie macht. Weiter führt unsere Reise entlang des Südrandes des Grand Canyons in Richtung Painted Desert und dem Reservat des Navajo-Stammes. Keinen anderen Landstrich in den USA machten Film- und Werbeindustrie zum Sinnbild von Freiheit und Abenteuer wie das legendäre Monument Valley. Hier wurden Filme mit John Wayne gedreht oder auch der Kult-Western Spiel mir das Lied vom Tod. Wind und Wetter schufen dieses grandiose Tal. Jede Felsformation trägt ihren eigenen Namen. Wie zum Beispiel Left Mitten, linker Handschuh, Eagle Rock, Adlerfels oder aber Three Sisters, die an drei Nonnen im traditionellen Gewand erinnern. Die alte Hütte von John Wayne kann man besichtigen. Sie ist recht spartanisch eingerichtet und klein und ich glaube nicht, dass ein Schauspieler aus heutiger Zeit diese Hütte während seiner Dreharbeiten bewohnen möchte. Die Navajo fahren uns mit ihren Jeeps entlang etlicher Felsformationen zum Fotostopp beim John Fords Point. Diese Tour ist für Menschen mit Problemen an der Bandscheibe allerdings nicht geeignet. Die Landschaft ist von erhabener Schönheit und vermittelt den Eindruck, als erlebe man die Schöpfungsgeschichte des Planeten Erde hautnah mit. Unermessliche Weite breitet sich zwischen den Sandsteinruinen einer Hochfläche aus, die während der vergangenen 25 Millionen Jahre von den Kräften der Natur aus den Sedimenten eines früheren Meeres ausgegraben wurden. Monument Valley ist nicht durch Auswaschung eines Flusses entstanden, sondern ein durch Wind und Regen geschaffenes Naturwunder. Zum Übernachten ging es dann ins Hotel nach Page. Da Page selber eine recht junge Stadt ist, von 1957, bietet sie außer dem alten Camp, der die Bauarbeiter zum Glen Canyon-Dammbau unterbrachte, kaum sehenswertes. Ein Grund für unsere USA-Reise waren auch Bilder, die wir vom Antelope Canyon gesehen hatten. Frühmorgens besuchten wir mit einem Navajo-Führer eines unserer Traumziele. Diese Stucht ist zwar nur 400 Meter lang und 20 Meter tief und macht von außen einen unattraktiven Eindruck, im Inneren aber wusch reißendes Wasser eine einzigartige Märchenwelt aus den nur wenigen Metern voneinander entfernt liegenden Sandsteinwänden. Je höher die Sonne steht und je direkter Licht in den schmalen Canyon fällt, desto hinreißender wird das Farbenspiel. Der Canyon ist aber auch nicht ganz ungefährlich. Jeden Morgen entfernen die Navajo die Schlangen aus dem Canyon, bevor die Besucher kommen. Wenn Regen angekündigt ist, darf wegen der Gefahr von Sturzfluten der Canyon nicht betreten werden. Es muss nicht unbedingt vor Ort regnen. Es reicht, wenn es in Hunderten von Kilometern Entfernung regnet. Kurz nachdem wir heute Morgen Page verlassen haben, überqueren wir den Glen Canyon Damm. Einer der letzten Dämme, die zur Energiegewinnung durch Wasser erbaut wurden. Über die Rainbow Bridge geht es dann weiter zum Stausee Lake Powell. Mit der Fertigstellung des Glen Canyon Dams wurde der Glen Canyon ab März 1963 vom Colorado überflutet und bis zum Juni 1980 zum Lake Powell aufgestaut. Hier befindet sich das Hausboot Mecca von Utah und Arizona. In den 1990er Jahren schien es noch so, dass der See durch die wassersporttreibenden Menschenmassen ökologisch aus dem Gleichgewicht geraten könnte. Mittlerweile haben die Verwaltungsbehörden andere Sorgen, weil der Seepegel seit damals um mehrere Meter absank, nicht nur wegen zunehmender Trockenheit in der Region, sondern auch, weil die Anrainerstaaten aus dem Colorado zu viel Wasser abzweigen. Wir erreichen Utah, ein Staat, dessen Entwicklung maßgeblich von den mormonischen Pionieren beeinflusst wurde. Diese Pionieren waren die ersten Siedler in dieser Region. Traditionen und Bräuche sind bis heute in vielen Bereichen des täglichen Lebens der Mormonen vorhanden. Der nächste größere Ort ist Kenneb, ebenfalls ein beliebter Drehort für Westernfilme. Im Südwesten von Utah liegt der Bryce Canyon, eines der außergewöhnlichsten Naturwunder Amerikas. Im Zentrum des Parks, dem Amphitheater, breitet sich in einem fast runden Becken eine vom Wind und Wetter gezeichnete Zauberlandschaft aus. Mit tausenden Felsnadeln, Steintürmen, die sogenannten Hudos und grotesk anmutenden Naturskulpturen, die einem versteinerten Theaterensemble auf einer gewaltigen Open-Air-Bühne ähneln. Eigentlich ist es kein Canyon, sondern eine verwitterte Kante des Colorado Plateaus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir bewegen uns hier auf ca. 2500 Höhenmetern. Und im Winter kommen hier gewaltige Mengen an Niederschlägen runter, wie man hier auf diesem Bild gut sehen kann. Da die Straße zum Cyan National Park gesperrt war wegen eines Erdrutsches, sind wir über einen Umweg nach Las Vegas gefahren, haben uns allerdings vorher noch das Valley of Fire angeschaut. Das Valley of Fire leitet seinen Namen von den Roten-Sandstein-Formationen ab, die sich vor 150 Millionen Jahren aus großen Wanderdünen formten. Komplexes Heben und Senken der gesamten Region, gefolgt von extensiver Erosion, haben die gegenwärtige Landschaft geschaffen. An einem besonderen Felsen kann man Petroglyphen im Wüstenlack sehen. Als Wüstenlack wird ein dunkler, mitunter glänzender Überzug, hauptsächlich aus Tonmineralien bezeichnet, der von Eisen- und Manganoxiden zusammengehalten wird und vor allem auf Sandstein in Wüsten vorkommt. Ein besonders putziger Bewohner ist das Goldmantel-Ziesel. Diese Ziesel haben sich an die Touristen gewöhnt und sind besonders zutraulich. Während die Bilder vorüberziehen, ein paar Worte zur Art unserer Reise. Man hat die Möglichkeit, diese Reise mit dem Auto, dem Wohnmobil oder mit einer organisierten Busreise zu unternehmen. Jede Art dieser Reiseform hat Vor- und Nachteile. Wir hatten uns für eine Busreise entschieden. Das hat den Vorteil, dass man sich um nichts kümmern muss. Allerdings auch den Nachteil, dass man einem festgelegten Reiseplan folgen muss. Alle Erklärungen erfolgen auf Englisch und Deutsch. Die Reise war exzellent organisiert, die Erklärungen waren umfassend, die Hotels gut bis sehr gut. Insgesamt verlief alles zu unserer größten Zufriedenheit. Wir können diese Art zu reisen mit ATI nur empfehlen. Wer allerdings vorhat, diese Reise auf eigene Faust zu unternehmen, den können wir nur ermutigen. Die Straßen sind breit, die Amerikaner fahren sehr rücksichtsvoll, sind sehr nett und hilfsbereit. In Las Vegas haben wir im Luxor Hotel übernachtet, welches direkt am Strip liegt. Die Pyramide ist 107 Meter hoch und besteht aus 30 Stockwerken. Vor dem Hotel befindet sich eine Nachbildung der großen Sphinx von Gizeh. Heute haben wir einen Tag frei und wir haben die Gelegenheit genutzt, um eine Floßfahrt auf dem Black Canyon River zu unternehmen. Die Floßfahrt beginnt unterhalb des Hoover Dammes. Der See, den der Hoover Damm aufgestaut hat, heißt Lake Mead. Am Seeufer gibt es einen schönen Campingplatz, zusätzlich noch kleine Hütten mit schönen Vorgärten. Nach einer Sicherheitseinweisung ging es dann los. Vorbei an Stränden, Höhlen, Buchten, heißen Quellen, Wildnis und Einsamkeit. Ich möchte noch ein paar Worte zur Verpflegung sagen. Das amerikanische Frühstück ist nicht jedermanns Sache. Soweit man morgens nicht gerne Weißbrot essen mag, empfehlen wir, auf das Hotelfrühstück zu verzichten. Stattdessen nimmt man sich leichtes Campinggeschirr von zu Hause mit, Teller, Unterteller, Tasse und Besteck und ein kleines Gefäß für die Mikrowelle, in dem man Wasser erhitzen kann. Außerdem eingeschweißtes Vollkornbrot von zu Hause. Das hält sich circa zwei Wochen. Teetrinker nehmen entsprechende Teebeutel mit. Man muss eingeführte Lebensmittel beim Zoll deklarieren. Im amerikanischen Supermarkt kauft man sich dann die weiteren Frühstücksartikel wie Margarine, Marmelade, Wurst, Käse, Saft und so weiter. Fast jedes Hotel besitzt eine Kaffeemaschine und oder eine Mikrowelle. Kaffeekapseln liegen neben der Kaffeemaschine. Gefrühstückt wird dann im Hotelzimmer. Das ist stressfreier als im Frühstücksraum des Hotels und man spart auch noch Geld. Da das Frühstück meistens extra bezahlt werden muss. Die zugekauften Frühstücksartikel werden dann in einer Tüte im oberen Gepäckfach vom Bus gelagert. Dort liegen sie gekühlt, da in Amerika immer und überall die Klimaanlage läuft. Über das Tal des Todes kursieren Horrorgeschichten. Diese Landschaft bekam ihren Namen von den ersten Pionieren, die auf dem Weg nach Kalifornien dem gnadenlosen Klima beinahe erlegen wären. Das Thermometer steigt hier im Sommer leicht mal über 50 Grad, weswegen wir für unsere Reise den Monat März gewählt haben. Der Ausblick vom Sibriskie Point ist atemberaubend. Eine Landschaft aus markanten, erodierten Furchen und ockerfarbenen Schlammablagerungen. Das Sediment, bestehend aus Salzkrusten, Geröll von den nahen Bergen und Asche des damals aktiven Vulkanfeldes, versteinerte und wurde von Wind und Wasser im Laufe der Zeit geformt. Die Faltenlandschaft erinnerte mich an das Gesicht einer Bordeaux-Docke. Der Bus fährt auf jeder Strecke mehrere Einkehrmöglichkeiten und oder einen Supermarkt an. In einigen Supermärkten gibt es auch die Möglichkeit Vollkornbrot zu kaufen. Da greift man dann zu und streckt damit seine Vorräte. Viele Supermärkte bieten auch eine warme Theke an. Hier kann man schnell und günstig Mittag essen. Bezahlen kann man überall mit der Kreditkarte. Die ausgewiesenen Preise sind meist Nettopreise. Die Fahrt vom Des Valley zum Yosemite National Park erfolgt eigentlich über den Tioga Pass. Dieser liegt aber auf ca. 3000 Meter Höhe und ist im März noch gesperrt. Hier türmen sich im Winter riesige Schneeberge auf und folglich ist dieser Pass vor Mitte Mai nicht geöffnet. Wir fahren entlang des Merced Rivers, bewundern den Brautschleier-Wasserfall und den 2300 Meter hohen El Capitan. Ein Granitmonolith mit einer 1000 Meter hohen, fast senkrechten Wand. Der Yosemite Wasserfall gehört zu den höchsten Wasserfällen der Welt. Und das ist ein bisschen mehr zu例えば wenn man einen neuen Pool anschaut. Man kann sich nicht mehr sicher sein, sondern nicht mehr. Ich bin schon schon vor Ort. guards halten ihn so bei mir an. Wenn man sich nicht nicht mehr einfach ausklögt. Vor demais,seits über Italien kommen ihre phải simplementen in der星フ acostum. Wenn man sich eineroccasion ausserastern, steht auf Pass important. Der Brautschleierwasserfall Im Sommer nicht aus Zu den Klängen von Scott McKenzie's Lied If you're going to San Francisco Fuhren wir über die Oakland Bay Bridge Zu der amerikanischen Traumstadt San Francisco Was verbindet man nicht alles mit dieser Stadt? Flower Power Bewegung Hippies Silicon Valley Golden Gate Bridge Chinatown Lombard Street Fisherman's Warft Alcatraz Hafenrundfahrt Cable Car Die Seelöwen vom Pier 39 Und die Twin Peaks Die Spanier tauften diese Anhöhen auf den Namen Los Pechos de la Chola Die Brüste einer Indianerin Ja, ich sagte eben, dass die ausgewiesenen Preise meist Nettopreise sind Man sollte daran denken, dass in den USA je nach Bundesstaat fast immer noch Steuern aufgeschlagen werden Und fast immer ein Trinkgeld erwartet wird Das Trinkgeld liegt um die 15% Auch der Busfahrer und die Reiseleitung bekommen zum Abschluss der Fahrt ein Trinkgeld Das liegt ungefähr bei 3 bis 5 Dollar pro Tag und Person Das ist die Gefängnisinsel Alcatraz Das ist die Gefängnisinsel Alcatraz Für uns ist San Francisco die schönste Stadt des Amerikas, was wir bisher gesehen haben Die Amerikaner sagen, in Washington wohnt die Macht In New York das Geld Und in San Francisco die Freiheit San Francisco kann man immer wieder besuchen, ohne dass es langweilig wird Man entdeckt ständig Neues San Francisco liegt auf 42 Hügeln Es ist ein dauerndes Auf und Ab Wenn man durch die Stadt geht Was auch ziemlich anstrengend sein kann Am bequemsten überwindet man die Hügel mit der Cable Car Die Fahrt ist ein einmaliges Erlebnis San Francisco gelingt es, Besucher sofort und ohne besondere Anstrengung für sich einzunehmen Viele Besucher kommen wieder, weil sie sich diesem Flair nicht entziehen können Und schon gar nicht wollen Von Treasure Island aus hat man einen wunderbaren Blick auf die erleuchtete Skyline von San Francisco Hier gibt es Waschbären, sie sind von den Touristen angefüttert worden Wir wussten das nicht und meine Frau war total erschrocken Als plötzlich ein Waschbär vom Baum runterkam und vor ihren Füßen herlief Das Nationaldenkmal Moir Woods besteht aus Überresten jener alten Küstenmammutbäume Die vor dem 19. Jahrhundert viele nordkalifornische Küstentäler bedeckten Historische Küstenmammutbäume dominieren diesen nebeldurchzogenen Wald Riesenbäume allen Alters, viele über 600 Jahre alt Wachsen unter abgestorbenen, aber noch stehenden, manchmal jedoch aus verwesenden Stämmen und verschiedenartigem Unterholz Dieses spezialisierte Waldumfeld bietet einen Lebensraum für eine Reihe von Pflanzen und Tiere Die sich dem geringen Lichteinfall und den Feuchtigkeitsbedingungen angepasst haben Unsere heutige Fahrt geht von San Francisco Richtung Süden, immer an der Küste entlang, nach Santa Maria Wer es einmal richtig nett haben möchte, der kauft sich ein Haus in Carmel by the Sea Immerhin war Clint Eastwood hier einmal Bürgermeister Hier wohnen auch die Reichen und die Schönen Entsprechend teuer sind die Grundstückspreise Viele bekannte Autoren und Künstler lebten für einige Zeit in der Region von Carmel by the Sea und machten die Natur zum Gegenstand ihrer Werke Unter ihnen waren die Schriftsteller Ernest Hemingway, John Steinbeck und Jack London Das angenehme Klima und die hohe Klebensqualität der Kleinstadt wissen auch heutzutage viele Prominente wie Brad Pitt und Jennifer Aniston zu schätzen 2019 verstarb hier die Schauspielerin Doris Day Ganz in der Nähe liegt die Stadt Monterrey Das ist Spanisch und heißt übersetzt Königsberg Monterrey ist keine besonders große Stadt, sodass die Sehenswürdigkeiten alle fußläufig zu erreichen sind Das Zentrum mit seinem Historic State Park befindet sich in der Nähe vom Fischermanswarft Von dort aus kann man bis Canary Row am Meer entlang laufen, etwa 1,5 Kilometer Die beliebteste Attraktion der Stadt ist Fischermanswarft Die Umgebung gestaltet sich recht sympathisch, auch dank einiger schöner Ausblicke aufs Meer Auf dem man häufig unter anderem Seeortter beobachten kann Ebenfalls recht bekannt ist Canary Row, in der einst vor allem Fabriken zu finden waren Welche die im Meer gefangenen Fische verarbeiteten und in Dosen pressten Logisch bedeutet Canary doch Konservenfabrik Das mitten im Zentrum von Santa Barbara gelegene Gerichtsgebäude umfasst einen ganzen Straßenblock Dabei handelt es sich ausnahmsweise mal nicht um ein Bürogebäude im herkömmlichen Stil sondern um ein Gebäude, das eher an eine mexikanische Asienda erinnert Los Angeles hat uns wieder Die Stadt der Engel Wir genießen Höhepunkte wie Hollywood, Sunset Strip und Beverly Hills Der Santa Monica Pier ist eine der größten Sehenswürdigkeiten und das Wahrzeichen der kalifornischen Stadt Santa Monica Er geht von der Colorado Avenue aus und erstreckt sich über den Santa Monica State Beach in den Pazifischen Ozean Zugleich bildet er den Endpunkt der berühmten Route 66 Wir haben insgesamt 5000 Kilometer zurückgelegt Es war eine traumhaft schöne Reise durch den Südwesten der USA Wir hatten uns alles nicht so groß und so gewaltig vorgestellt Man sitzt still im Bus und lässt die Landschaften an sich vorüberziehen Man ist einfach nur am Staunen Staunen über Gottes Schöpfung Die Landschaften sind so gewaltig Wie oft haben wir im Hintergrund die Worte gehört It's amazing Und das war es auch Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal